Hey, willkommen zurück, willkommen, willkommen, willkommen zurück. Heute, ich weiß nicht mal, wie ich dieses Video nennen soll, aber ich habe da etwas, was sehr gute Geräusche macht. Und zwar ist das Verpackungsmaterial. Aber so eins habe ich noch nie erlebt, was so gute Geräusche macht. Und wir werden das heute mal ein bisschen, ja, ausstrapazieren und gucken, was es alles so drauf hat. Okay, let's go. Ups, ganz normales Styropor. Da wurde Kaviar drin geliefert. Okay, so sieht das Ganze aus. So ein einzelnes Stück. Okay. Du siehst hier ein E. Okay, ich habe noch andere Unterlagen, auf die ich das fallen lassen kann, aber zuerst werde ich die Dinger mal zerstechen, und zwar damit. Ich wollte keine Naht nehmen, also ist das Holz-Zahnstocher. und ich habe hier jetzt eine Ausatmung translate, was ich Spider als das erschienenreath pok für récup. Also, ich euch keine Mensch, die ich habe so viel preview als ich sage. Wie ist die Lunchlaughs ich ganz schön schon unterhalten, ist es gerade auch so viel Gem 思park. Ich werde heute mit den DanaHoo Latin wie ich verwendere mich zur dépensetzung, Hier haben wir einen. Wir nehmen unser E. Hier haben wir einen. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. kann man auch noch zerreißen ? Okay, jetzt gucken wir mal, wie das mit anderen Oberflächen klingt. Ich habe hier dieses Klemmbrett. Es wird jetzt bestimmt alles rechts und links landen. Und jetzt nehmen wir noch dieses Holzbrett. Ich glaube, das klingt anders. Nochmal. Ich glaube, ich versuche es nochmal mit dem Deckel. Weil das, was ich am Anfang gemacht habe, ich glaube, vielleicht muss ich das auch nur rausschneiden, weil es nicht geklappt hat oder so. Also machen wir das nochmal. Übrigens, das können wir doch auch mal zerstechen, oder? Okay. 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 Also am besten klingt es natürlich, wenn man mit beiden Händen alles da drauf wirft, aber theoretischerweise bräuchte ich da noch eine Person, die das nach oben hält oder so. Aber, mein Gott, da wird es nicht haben. Okay, ich glaube auf jeden Fall werde ich die Dinge mal bereiten, noch ein bisschen und gucken. Ja, vielleicht kann ich das noch ein bisschen optimieren und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, ich kann das soweit gut bearbeiten, dass es einigermaßen entspannend klingt. Okay, Freunde, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye, bye. 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 Bye.